SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich plädiert dafür, Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unter bestimmten Bedingungen nicht auszuschließen. Man könne solche Gespräche aber nicht erzwingen, so Mützenich. Aber wenn Präsident Putin zu einem belastbaren Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs der EU bzw. der NATO sowie der Ukraine bereit sein sollte, sollte man das nicht grundsätzlich ausschließen. Solche Gespräche müssten von den konkreten Rahmenbedingungen abhängig gemacht werden. Bundeskanzler Olaf Scholz sei jedenfalls erfahren genug zu entscheiden, wann ein solches Gespräch zusammen mit den Partnern zielführend wäre. Mützenich sehe dabei aber keine Sonderrolle Deutschlands. Stattdessen müsse es immer enge Absprachen mit den Partnern geben. Ich gehe weiterhin davon aus, dass dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld durch einen absoluten Sieg entschieden wird, sondern am Ende nur durch Gespräche, durch Verhandlungen, durch Verabredungen. So Mützenich. So seien Kriege auch in der Vergangenheit beendet worden. Wir sollten immer in der Lage sein, bestimmte Signale, die auf eine mögliche Feuerpause hinweisen, dazu zu nutzen, wieder in diplomatische Gespräche einzutreten. Solche Signale fehlen allerdings bisher. Zwischen den westlichen Bündnispartnern und Russland gibt es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar nur noch sporadische Gesprächskontakte. Scholz hatte zuletzt im Abstand von mehreren Wochen mit Putin telefoniert. Die Ukraine und osteuropäische Bündnispartner sind diese Kontakte skeptisch. Eine Lockerung der wegen des Angriffskriegs verhängten Sanktionen gegen Russland hält SPD-Fraktionschef Mützenich nur bei einem klaren Kurswechsel Putins für denkbar. Zum Beispiel, wenn Russland Angebote für eine verlässliche Waffenruhe machen würde, wenn Russland bereit wäre, humanitäre Korridore zu öffnen und belastbare Verhandlungen zu führen. Erst dann könne es eine politische Diskussion über die Lockerung der Sanktionen geben. Außerdem müsse immer die ukrainische Regierung diesen Weg mitgehen. Die Sanktionen seien kein Selbstzweck, sondern sollten zu Verhaltensänderungen in Russland führen, betont der Mützenich. Die westlichen Staaten haben ihre Strafmaßnahmen gegen Russland seit Kriegsbeginn Schritt für Schritt verschärft. Politiker der Linken und der AfD haben sich für eine Lockerung ausgesprochen, weil die Strafmaßnahmen auch die deutsche Wirtschaft stark belasten. Kelvin